Willst du jetzt sprechen? Ja, gern. Ja, ich weiß nicht. Ich bin halt ein bisschen verwirrt. Deswegen kann ich das gar nicht einschätzen, wie die Situation gerade so ist. Ich wollte auch was fragen. So allgemein deine Einschätzung, wie du das so zwischen uns im Moment so siehst? Nee, du fängst an. Ja, ich finde es auch ein bisschen unrealistisch. Einfach so aus dem Grund, weil das einfach so perfekt harmoniert hat, auch der Tag über. Wie du schon gesagt hast, wo ist der Haken bei mir? Und ich frage mich so ein bisschen, wo ist der Haken bei dir? Ich sag mal so, vom Charakter her fühle ich mich schon sehr zu dir hingezogen. Du erinnerst mich halt wirklich zu 100 Prozent an meine Ex-Freundin. Was mir jetzt nur empfiehlt, ist die körperliche Anziehung. Dass ich mich ja nicht körperlich oder auch sexuell zu dir hingezogen fühle. Okay. Ja. Das hört man als Frau nicht gerne. Nein, ich sag mal, du hast echt eine sehr hübsche, schöne Ausstrahlung. Ich hab einfach noch nicht so den Gedanken, dass ich dich jetzt nehmen möchte und einfach mit dir ins Bett gehen möchte. Also was möchte Max von mir? Okay. Gut. Ja? Ja, ist notiert. Ist notiert und aufgeschrieben? Ja. Sehr schön. Gehen wir noch ins Wasser? Nein. Ja. Ja.